Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zu meiner kleinen Lesereihe Anfänge. Der Anfang heute stammt aus einem Buch, das glaube ich ganz gut in unsere Zeit passt. Eine Zeit, in der wir ein bisschen auf uns und unsere unmittelbare Umgebung reduziert, vielleicht auch zurückgeworfen sind und die Welt nicht so entdecken können, wie wir das vielleicht ganz gerne möchten. Der Autor Dirk Meier-Bosse, promovierter Kulturwissenschaftler, hat nach seinem Studium im PR-Bereich gearbeitet und war zuletzt Kommunikationschef im Profifußball, bis er dann mit Mitte 40 festgestellt hat, dass es vielleicht auch noch ein paar andere Dinge im Leben gibt, als nur Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. Und er hat einen ziemlich heftigen Cut gemacht, nämlich sich von allem zurückgezogen. Und sich aufgemacht, um die Welt zu bereisen. Und das tut er inzwischen immer noch, wenn nicht gerade Pandemiezeiten sind, dann ist er da zu Hause, wo es ihm gefällt und wo die Sonne am schönsten scheint. Und seine erste Reise damals, 2015, die führte ihn quer durch Lateinamerika und Ozeanien. Und es gibt ein paar beeindruckende Eckdaten, die da heißen gereiste Kilometer rund 118.000, bereiste Länder 12, bereiste Inseln 11, bereiste Metropolen 9 und geschossene Bilder mehr als 10.000. Ich lese aus dem ersten Kapitel. Es ist nicht leicht, aber einfach. Das Seltsamste an einem Flugzeug ist, dass es keine Rücksicht nimmt, weder auf das Zeit- noch auf das Jahreszeitgefühl. Nach nur ein paar Stunden hat der Tag auf einmal ein paar Stunden mehr und urplötzlich ist man vom kühlen Herbst wieder im heißen Sommer. Es war sechs Stunden früher, aber trotzdem schon dunkel draußen und 31 Grad warm, als ich in Kubas Hauptstadt Havanna aus dem Flieger stieg. Als erstes meldete sich gleich mal mein Sicherheitsbedürfnis, denn niemand erwartete mich. Dabei hatte mir der Nutter aus dem Reisebüro doch versprochen, dass ich von einem Mitarbeiter der Sprachschule abgeholt werde. Aber keiner in der Ankunftshalle hielt ein Schild mit meinem Namen hoch. Na toll, und was jetzt? Ich kramte das Buchungsschreiben aus meinem Rucksack. Irgendwo musste da doch eine Telefonnummer draufstehen. Ein grauhaariger Mitfünfziger in einem hellroten T-Shirt starrte mir aufdringlich über die Schulter. Dann musterte er mich von oben bis unten. Hallo, mein Name ist Alfonso, stellte er sich überraschend auf Deutsch vor und wedelte mit seinem Autoschlüssel. Ich bin dein Männchen für alles. Ich lächelte scheu. Weniger über den Wortwitz, sondern mehr aus Erleichterung. Erleichterung darüber, dass jemand da war, der sich meine annahm und mit dem ich mich sogar verständigen konnte. Mein Gefühl änderte sich jedoch schlagartig, als Alfonso mich 20 Minuten später vor einem schlichten Einfamilienhaus in einer finsteren Wohnsiedlung absetzte. Aus der Eingangstür lugte ein betagtes Ehepaar, das mich wie ihren Enkelsohn begrüßte. Das bildete ich mir jedenfalls ein, denn Olla war das Einzige, was ich von ihrem Redeschwall verstand. Aber das kümmerte meine Gastgroßeltern Ramon und Lucia wenig. Alles, was sie mir zu sagen hatten, sagten sie auf Spanisch und vieles davon kam mir auch echt Spanisch vor. Besonders die wichtigste Hausregel von Lucia No chicas. Keine Mädels. Neben dem scharfen Ton in ihrer Stimme war es vor allem der strenge Blick durch ihre große silberne Brille, der mir signalisierte, dass sie diesen Punkt sehr ernst genommen haben wollte. Mein schüchternes Nicken reichte dafür aus, dass Lucia mir mein Zimmer zeigte. An der Wand stand ein Doppelbett mit einer riesigen Matratze, auf der neben mir locker noch zwei Chicas Platz gehabt hätten und schräg gegenüber thronte ein Vintage-Kleiderschrank, den ich allein allenfalls zur Hälfte füllen konnte. Eine laut surrende Klimaanlage sog die feuchtwarme Luft zwar nicht aus dem Zimmer, pustete dafür aber kühle hinein. Und gleich nebenan hatte ich ein eigenes, braungekarcheltes Bad mit einer tröpfelnden Dusche. Nun ja. Im ganzen Haus roch es wie früher bei meiner Oma in der DDR. Nostalgie in einer anderen Welt. Back to the basics. Eigentlich hatte ich doch alles, was ich brauchte, sogar im Überfluss. Und ich durfte hier richtig lange bleiben. Denn diesmal würde ich nicht nach zwei bis drei Wochen Urlaub wieder an meinen Arbeitsplatz zurückkehren müssen. Sollte ich das nicht einfach nur großartig finden? Freiheit könnte ein Gefühl von Aussicht und Gelegenheit sein, schrieb ich als ersten Eintrag in mein Notizbüchlein. Am nächsten Morgen brachte mich Ramon zu Fuß zur Sprachschule. Im Hellen sah ich es jetzt das erste Mal genauer. All das Fremde. Umgehend ertappte ich mich bei dem Versuch, es einzuordnen und mit dem, was ich kannte, zu vergleichen. Ich erblickte alte Herrenhäuser, die zu Wohngebäuden umfunktioniert worden waren und deren Auf- und Anbauten keine deutsche Baubehörde genehmigt hätte. Die meisten Häuser waren marode, einige auch komplett verfallen. Aber gerade deshalb gefielen sie mir, zumindest als Postkarte. Doch darin wohnen? Sofort nach dem Aufstehen hatte ich mich vergewissert und dabei erleichtert festgestellt, dass das Haus von Ramon und Lucia zu den Renovierten zählte. Nun schüttelte ich über mich selbst den Kopf. Wie schizophren war ich hier eigentlich unterwegs? Ich erfreute mich im Anblick einer morbiden Kulisse, die ich umso schöner fand, je kaputter sie strahlte. Was aber sagten wohl die Einheimischen dazu, die in diesen Häusern leben mussten? Es krachte. Ich zuckte zusammen. Ein dickes Kabel der überirdischen Stromleitung knallte direkt vor meiner Nase auf den Bürgersteig. Es blitzte. Es funkte. Ramon ging einfach weiter und murmelte etwas auf Spanisch. Ich verstand normal und cada dia jeden Tag, auch wenn ich das nicht fassen konnte. Ein älterer Mann stolperte aus dem betroffenen Haus. In der rechten Hand hielt er eine Leiter, in der linken ein schwarzes Klebeband. Der wird doch nicht. Und ob. Er griff sich das Kabelende vom Boden, stieg damit auf die Leiter und versuchte, die Stromleitung händisch mit dem Klebeband zu kitten. Dass ihn das sein Leben kosten konnte, schien ihn dabei nicht im Geringsten zu beunruhigen. Im Gegenteil, er lächelte. Als wir die Sprachschule erreichten, fielen mir gleich mehrere Steine vom Herzen. Ein dreistöckiges, weißes Gebäude, ohne einen einzigen Riss in der Fassade. Vor dem Unterricht traf ich im obersten Stockwerk die anderen Schülerinnen und Schüler zum Frühstück. In der Mehrheit waren es Schweizer. Alle 15 bis 20 Jahre jünger als ich. Ich hätte also ziemlich alt ausgesehen, wäre da nicht noch Gunther aus Berlin gewesen. Mit 44 Jahren war er sogar ein paar Monate älter als ich. Gleich zu Beginn lockte er mich allerdings ein bisschen auf eine falsche Fährte. Seinen Händedruck zur Begrüßung empfand ich als etwas zu fest und zu innig. Und aus seinen dunkelbraunen Augen starrte er mich etwas zu lange an. Auch sein Vollbart erschien mir etwas zu gepflegt. Dass er mir gegenüber keine anderweitigen Absichten hegte, wurde erst deutlich, als er mir verblüffend offenherzig erzählte, dass er vor fünf Monaten von seiner großen Liebe verlassen worden war und diese Liebe Martina und nicht Martin hieß. Er lief also ebenfalls mit gebrochenem Herzen herum. Und es gab noch weitere Parallelen in unserem Leben. Beruflich hatte er sich dem Druck entzogen, dem er sich als Marketingleiter eines Medienunternehmens zu oft ausgesetzt sah. Nun arbeitete er zwar wieder, jedoch selbstständig. Denn es war ihm wichtig, immer mal wieder längere Auszeiten zu nehmen, um sich seine Träume zu erfüllen. Wie zum Beispiel vier Wochen Spanisch lernen in Havanna. Ja, wir funkten also auf einer Wellenlänge. Schwerer tat ich mich dagegen mit den Einheimischen. Mir fehlten nämlich schlichtweg die Worte. Und mit vermeintlicher Weltgewandtheit kam man hier nicht besonders weit, wie ich bereits beim schriftlichen Einstufungstest für mein Spanischniveau zu spüren bekam. Ich fragte die Prüferin auf Englisch, ob ich auch eine leere Seite abgeben dürfe. Because I'm an absolute beginner. Renata, eine stämmige Mitfünfzigerin, musterte mich durch ihre dicke Hornbrille. Dann schaute sie auf mein unausgefülltes Blatt und sagte mit ernster Miene, Vamos a ver. Wir werden sehen. Ich probierte es mit meinem Dackelblick. Und sie wendete sich von mir ab und tuschelte mit einem anderen Lehrer, der als einziger unter den Pädagogen ein wenig Deutsch sprach. Zögernd kam mir danach auf mich zu. Renata kann weder Englisch noch Deutsch, aber sie hat mir gerade gesagt, dass sie sich deiner annehmen will, bemerkte er und klopfte mir aufmunternd auf die Schulter. Nach einem Vierteljahrhundert Pause drückte ich also wieder die Schulbank, allein mit meiner Lehrerin in einem kargen Klassenzimmer. Und Renata legte so rasant los, dass mir richtig schwindelig wurde. Ohne zwischendurch einmal Luft zu holen und mit Tränen der Rührung in den Augen erzählte sie vom kubanischen Weg in die Freiheit. Wie die Rebellen am 2. Dezember 1956 in Ostkuba landeten und so der Guerillakampf gegen die Diktatur unter Fulgenico Batista begann. Wie Ernesto Che Guevara im Dezember 1958 die Stadt Santa Clara einnahm und damit den Sieg der Revolution einleitete. Und wie Fidel Castro am 1. Januar 1959 die Macht auf Kuba übernahm und dem Land zu Ruhm und Glanz verhalf. Meine von einem Auslandssemester in Marseille vor fast 20 Jahren übrig gebliebenen Französischkenntnisse halfen mir, wenigstens ansatzweise folgen zu können. Doch ich war im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos. Als ich das in der ersten Pause in die WhatsApp-Gruppe schrieb, in der ich meinen Freunden in Deutschland von meinen Erlebnissen berichtete, antwortete Jutta, mein Lieber. Ein Mann, der uns versteht, aber nicht redet, ist genau das, was die meisten Frauen sich wünschen. Also lerne die Sprache nicht zu gut. Dann sehe ich da goldene Perspektiven für dich. Einen Moment lang konnte ich darüber schmunzeln. Tatsächlich war ich jedoch heilfroh, nach vier Stunden kubanischem Freiheitskampf auf Spanisch beim Mittagessen auch selbst mal wieder reden zu können und sogar verstanden zu werden. Das klappte besser, als ich erwartet hatte. Denn wenn sie wollten, sprachen meine Schweizer Mitschüler klareres Hochdeutsch als so mancher Schwabe. Trotzdem hatte ich Mühe, ihnen zu folgen. Es klang einfach viel zu gewagt, wie das Zusammenleben dieser zufällig aufeinandertreffenden Menschen aus verschiedenen Nationen hier in der Fremde zu funktionieren schien, nach einem Prinzip des Weitergebens persönlicher Erfahrungen von einer zur nächsten Sprachschülergeneration. Vor allem das Wissen darüber, was man als Ausländer in Havanna unbedingt tun und was man besser lassen sollte. Gunther wollte es mir zeigen und mich zum Einstieg durch La Habana Vieja, die Altstadt führen. Eigentlich hatte ich mir dafür extra einen Reiseführer gekauft. Den brauchst du nicht, meinte Gunther. Der drängt dich bloß zum Mithalten mit seiner autoritären Begeisterung. Das fand ich ein bisschen anmaßend, aber ich wollte auch nicht undankbar sein. Schließlich war es eine nette Geste von ihm, mich an die Hand zu nehmen und in die Geheimnisse der Stadt einzuweinen. Und falls es dabei brenzlig werden würde, erschien mir Gunther deutlich hilfreicher als mein Reiseführer. Wir spazierten den von Schlaglöchern durchzogenen Weg vor der Sprachschule entlang. Obwohl wir sehr gemächlich liefen und ich nur mit T-Shirt, Shorts und Turnschuhen bekleidet war, schwitzte ich am ganzen Körper. Gunther, mindestens zehn Kilo schwerer als ich, tropfte noch mehr. Nach einer Viertelstunde erreichten wir eine laute Straße, an der Gunther sich direkt auf den Bordstein stellte. Pass auf, sagte er. Wenn du mit dem Zeigefinger nach links zeigst, halten die Collectivos nach Vedado, nach rechts die nach La Habana Vieja. Ist das denn ernst? fragte ich und konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen. Gunther zog seine borstigen Augenbrauen zusammen. Ja, so kommst du hier am besten von A nach B und alles, was du dafür brauchst, sind zehn Kub. Der Peso Cubano ist die Währung der Einheimischen. Und zwei spanische Sätze, mit denen du den Fahrer am Ende davon überzeugst, dass du kein dummer Tourist bist. Ich hatte meine Zweifel, denn das klang ziemlich merkwürdig. Doch Gunther guckte schon wieder so streng, dass ich lieber die Klappe hielt. Stattdessen versuchte ich mir Mut zuzusprechen. Sei kein Schisser und probiere in relativer Ahnungslosigkeit einfach mal was Unbekanntes aus. Entschlossen zeigte Gunther nach rechts. Sechs, sieben röstige Chevys und Forks aus den 50ern, in denen hinter der Windschutzscheibe ein Taxi-Schild angebracht war, brausten an uns vorbei. Ihre stinkenden Dieselmotoren vernebelten die schwüle Luft. Niemand schien uns abzunehmen, dass wir wirklich mitwollten. Was mich auch nicht wunderte, denn in den Autos saßen ausschließlich Einheimische. Nach zehn Minuten stoppte endlich ein quietschgrüner Lada, in dem hinten bereits drei dicke Kubanerinnen Platz genommen hatten. Gunther kletterte auf den Beifahrersitz. Ich zwängte mich zu den Matronen auf die Rückbank. Alle drei rochen nach Schweiß. So penetrant, dass ich durch den Mundatmen wusste. Da der Wagen nun übervoll war, ging die Fahrt ohne Halt weiter, bis sie nach 20 Minuten auf einem Parkplatz im Zentrum endete. Dos personas, sagte Gunther zum Fahrer und beglich mit 20 Kub, das entspricht einem Euro unsere Schuld. Das hatte ich mir schwieriger vorgestellt. Hinter dem Parkplatz ragte die weiße Kuppel des Capitolio Nacional in den blauen Himmel. Das sieht ja aus wie das Kapitol in Washington, bemerkte ich. Senat und Repräsentantenhaus im Gebäude des Klassenfeindes. Wissen die Kubaner, was sie da tun? Mittlerweile schon, antwortete Gunther und lachte. Heute sind da das Umweltministerium, die Akademie der Wissenschaften und die Nationalbibliothek drin. Er zeigte auf sechs Hochglanz polierte amerikanische Oldtimer, die gegenüber vom Gebäude standen. Wenn du dich mal so richtig abzocken lassen willst, kannst du einen der Chevis oder Cadillacs dort für eine Stadtrundfahrt buchen. Im Moment fühle ich mich bei dir gut aufgehoben, meinte ich, und drehte so lange am Objektiv meiner Kamera, bis ich im Sucher drei bunte Luxusschlitten mit der Capitolio-Kuppel im Hintergrund sah. Und klick, hatte ich das Cover meines Reiseführers im Kasten, was ich Gunther natürlich verheimlichte. Lass uns erst mal ins Hotel Inglaterra am Zentralpark gehen, schlug er vor. Ich muss kurz ins Internet. Im Hotel? fragte ich verwundert. Ja, WLAN gibt es hier nur in der Sprachschule und in den großen westlichen Nobelherbergen. Um es dort nutzen zu können, brauchst du eine Internet-Zeitkarte, erklärte Gunther und zählte sein Kleingeld. Das konnte ich kaum glauben. Doch ich hielt es für besser, erst mal keine weiteren Fragen zu stellen. Auf dem Weg zum Zentralpark kamen wir am Teatro García Lorca vorbei, der Herberge des kubanischen Nationalballetts. Direkt davor erwischte es mich dann. Eine junge Frau fragte mich, ob ich ein Foto von ihr und ihrem Freund machen könne. Hätte ich bloß mal Nein gesagt. Denn als sie mir die Kamera reichte, wehte mir ihr Parfum in die Nase. Claudias Lieblingsduft. Mach du mal bitte, sagte ich zu Gunther und gab den Apparat an ihn weiter. Während er leicht irritiert das Foto knipste, hockte ich mich angeschlagen auf den Bordstein. Ich kann vor meiner Vergangenheit nicht weglaufen. Um mich von ihr zu lösen, muss ich mich ihr stellen. Bloß dann habe ich die Chance, mich freizufühlen. Dirk Mayer-Bosse Etwas anderes als den Trott, etwas Besseres als den Trott, findest du überall. Ich hoffe, dass es euch ein bisschen gefallen hat und euch vielleicht auch Lust macht aufs Weiterlesen. Und bald gibt es einen neuen Anfang.